Verstehen wir uns? Ja, Gary. Na los, Gary ist weg. Jetzt sag uns endlich, worum es geht. Was versteckst du auf diesem Handy? Wisst ihr was? Wenn es euch so sehr interessiert, was los ist, warum fragt ihr da nicht einfach Luna? Ich verstecke gar nichts. Okay? Plaudern wir, Lonita? Ich habe euch absolut nichts zu sagen. Oh nein, das hält man ja nicht aus. Dann behalt es für dich. Was du mir jetzt nicht sagst, finde ich später sowieso raus. Und du ahnst nicht, was dir blöd. Ja, Anna. Ja, im selben Café wie immer. Kuss. Nico. Wie ich höre, haben sie ein neues Video auf ihrer Seite gepostet. Weißt du was darüber? Logisch, das sind meine Freunde. Und du hast mir nichts gesagt. Wieso auch? Ich dachte, das Roller-Team interessiert dich nicht. Natürlich interessiert es mich nicht. Ich rate Ihnen nur, nicht zu glauben, dass Sie mit so einem Filmchen viel erreichen werden. Hast du das gesehen? Nein. Und das höre ich auch nicht vor. Ich will Ihnen nur sagen, dass Sie keine Chance in der Welt des Skatens haben. Täusch dich nicht. Das Roller-Team ist nämlich wahnsinnig gut. Ohne Trainerin. Ohne Bahn. Weißt du, die Roller sind schon vor einer Weile zugrunde gegangen. Das müssen sie langsam akzeptieren. Ja, aber das ist deine Schuld, weil du ihnen verboten hast, auf der Bahn zu trainieren. Und das hättest du niemals tun dürfen. Ich hab was viel Besseres gemacht. Ich hab ein Spitzenteam auf die Beine gestellt. Wenn sie so gerne weitergeskated hätten, hätten sie zum Casting für die Red Sharks kommen können. Das haben sie aber nicht getan. Mal von Ramiro abgesehen. Ich kann ja nun wohl wirklich nichts dafür, dass sie ihre Chance nicht genutzt haben. Ich kann ja nun mal auf die Beine gestellt haben.